Du wirst ein mächtiger Magier, ein Meister der Elemente, also ein Elementor werden? Dann sollst du diesen Guide hier schauen. Bevor wir anfangen, noch kurz ein paar Hinweise natürlich. Dieser Guide ist wie immer eher an Free-to-Play-Spieler gerichtet. Heißt also, wir gehen davon aus, keine Power-Ups, kein High-Upgraded-Equipment, also nicht alles immer perfekt geupgradet, und natürlich auch kein High-Level-Ringmaster, dass wir von Anfang an mit extrem krassen Buffs unterwegs sind. Und natürlich solltet ihr bereits mindestens Level 60 Magician sein, weil sonst könnt ihr mit dem Guide noch nichts anfangen. Falls ihr Hilfe bei Mage an sich braucht, habe ich Guides für euch in der Videobeschreibung verlinkt, mit denen ihr da hoffentlich weiterkommen werdet. Und dann fangen wir auch direkt an mit dem ersten, und zwar den Stat-Punkten. Das ist sehr einfach. Ihr seht hier das Paradebeispiel. Ich habe 304 Int gerade gestattet, und mehr braucht ihr auch nicht. Als nächstes kommen wir zu den Skills. Magician und auch Elementor haben leider, man kann es als Vorteil oder auch als Nachteil sehen, eine extrem breite Auswahl an Skills. Das bedeutet, ihr braucht vor allem auch sehr viele Skill-Punkte, um die meisten oder einige davon überhaupt skinnen zu können. Deswegen ist es sehr wichtig, also wie ihr als Magician spielt, ist es grundsätzlich egal. Das sage ich auch immer, da hat man eine relativ freie Wahl, weil es keine wirkliche Rolle spielt. Und ihr solltet auf jeden Fall verschiedene Skills nutzen, um zum Beispiel gegen gewisse Gegner einen Elementvorteil zu haben. Weil wenn ihr alles mit Mantle Strike zum Beispiel macht, so wie früher, klassisch, früher bei Fly-FPC, haben viele Leute einfach noch Mantle Strike benutzt. Ja, kann man machen, aber man verspielt sich ja dann ein bisschen den Vorteil. Und bei Mage macht es schon einen Unterschied, wenn man das richtige Element benutzt, dass man dann einen Hit insgesamt weniger brauchen kann. Sollte man also definitiv tun. Was ihr aber auf keinen Fall tun solltet, ist, dass euer Reskill, dass ihr auf Level 15 für die Magician Job Change bekommt. Also das bekommt ihr gratis. Das müsst ihr auf jeden Fall aufheben, bis ihr Elementor Level 65 erreicht habt. Weil dann ist es unfassbar wichtig, dass ihr so viele Skate-Punkte wie möglich habt. Wenn ihr jetzt hier irgendwelche Random Skates, die ihr danach nie wieder benutzt, gemaxst habt, zum Beispiel Hot Air oder so, das braucht ihr einfach als Elementor nicht mehr. Als Mage gut, oder wie gesagt, kann man machen, was man will. Aber als Elementor braucht ihr hier nichts mehr auf Max, außer Blink Pool. Blink Pool ist der einzige in den Medition Skate, den wir weiterhin maxen. Alles andere machen wir nur aufs absolute Minimum. Das bedeutet hier zum Beispiel, alle auf 5, also die 1er Skates alle auf 5, die in der Mitte alle auf 7 und die hier hinten auch alle auf 7, weil die brauchen wir hier wiederum, um bei Elementor einzusteigen. Also es ist ein bisschen kompliziert, aber es steht ja immer dabei, welchen Skate man braucht. Hier zum Beispiel Firestrike Level 7. Okay, dann gucke ich hier Hot Air Level 7. Okay, und gucke ich hier Fire Boomerang 5. Also das steht ja eh da. Also da kann man eigentlich nicht wirklich was falsch machen. Einfach lesen, auf welchem Level man die Skates braucht. Und wie gesagt, Blink Pool maxen bei Magician. Ansonsten alles nur aufs Minimum. So, dann sind wir bei Elementor angekommen. Weiter, extrem wichtig, die Einsatzskills hier bei Elementor, die auch alle nur aufs Minimum machen. Das sind 1v1 Skills, also diese komplette erste Reihe, das sind alles 1v1 Skills. Und das Elementor ist ja die, das Beste an Elementor ist ja quasi, dass er so unfassbar viele AOE Skills hat. So viele AOE Skills, wie keine andere Klasse besitzt. Und entsprechend ist es vollkommen unwichtig, hier diese erste Reihe zu skillen, weil das sind 1v1 Skills und die brauchen wir grundsätzlich eigentlich nicht. Und da guckt man ja auch wieder, okay, ich brauche hier Stone Spare auf Level 4, Firebird Level 5, bla bla bla. Also ich scale einfach so, wie es hier wieder steht. Also nur aufs Minimum. 5 oder 4 ist das in den meisten Fällen. Und Schluss, mehr machen wir nicht. So, dann die zweite Reihe, die fängt mit Level 65 an. Und das sind unsere ersten AOE Skills. So, und jetzt habt ihr aber wahrscheinlich schon an euch gedacht, oh Mann, ich habe ja schon ganz schön viele Skip-Punkte verbraucht, um hier überhaupt mal in dieser Reihe anzukommen. Also hier, wie gesagt, 5, 7, 7 und hier wieder 5, 4. Also sind ganz schön viele Skip-Punkte, die leider drauf gehen, um überhaupt mal hier anzukommen. Und deswegen muss man sich als Elementor am Anfang entscheiden, welche Skills nehme ich. Und ich sage jetzt einfach, meine Empfehlung, von der kann man auch abweichen, wenn man das unbedingt möchte. Aber ich persönlich bin damit sehr gut gefahren und denke mal, das ist einfach so das Standardmäßige. Also meiner persönlichen Meinung nach ist es am besten, man maxed Earthquake und Poison Cloud auf 65. Das sind so die beiden Standard-HNR-Skills zusammen mit Blink Pool. Das bedeutet, also sehen wir später im Gameplay noch, wie genau das funktioniert oder wie ihr die anwendet. Aber Earthquake ist euer Angriffsskill, euer Puls-Skill, vor allem vor Level 70, weil da habt ihr ja nicht viele andere Skills, die ihr zum Pullen benutzen könntet. Earthquake zum Pullen und Poison Cloud ist euer DPS-Skill im Endeffekt, der die Aoe möglichst alle schnell tötet. Und das ist einfach euer Handwerkszeug. So. Was er theoretisch gar nicht braucht oder nur sehr wenig ist Electric Shock. Das ist nämlich ein Non-Target-Skill, der Close Range ist im Endeffekt. Also er ist schon Aoe und so, aber er ist halt Non-Target und Non-Target bedeutet einfach, ihr könnt ihn halt nicht, also ihr könnt jetzt nicht einen Monster anklicken und Electric Shock machen, sondern Electric Shock wird automatisch um euren Charakter herum gecastet. Und das bedeutet, er ist für HNR eigentlich gänzlich ungeeignet. Außerdem noch eine Änderung zu FLY-FPC. Windfeed auf keinen Fall zum Pullen benutzen. Windfeed ist in FLY-F Universe wenn überhaupt ein Finisher. Das bedeutet, ihr pullt eine Aoe zusammen und ihr habt aber nicht genug Damage, um die Aoe zu töten, bevor die Monster weglaufen. Dann braucht ihr Windfeed, weil dann könnt ihr die Monster slowen, damit ihr mehr Zeit habt, um permanent auf sie draufzuballern, bis ihr das nächste Mal Blinkpool einsetzen müsst, bis ihr wieder weiterlaufen könnt. Wird auch im Gameplay noch demonstriert, auf jeden Fall. Aber hier auf keinen Fall zum Pullen benutzen, weil das würde euch nur schaden, wenn dann Monster extrem langsam hinter euch herlaufen und ihr habt halt nur eine begrenzte Seite, sie zu töten. Und wenn die alle extrem geslowt sind, könnt ihr sie nicht alle auf einen Punkt ziehen, um sie dann gemeinsam zu töten. Also Windfeed, wenn überhaupt nur zum Finischen, nicht zum Pullen benutzen. Genau. Die anderen Skills werde ich dann wahrscheinlich im Gameplay noch ein bisschen erläutern. Grundsätzlich ist hier auf jeden Fall meine Empfehlung, vor allem diese Level 70er Skills alle mindestens auf 1 zu machen, vor allem die 3 hier oben. Also dafür dann schon die Bedingungen erfüllen, wenn ihr Earthquake und Poison Cloud gemaxt habt, um diese Skills hier mindestens auf 1 zu machen. Die braucht ihr dann zum Pullen, aber wie gesagt, das dann auch im Gameplay. Und die Mastery Skills, logischerweise solltet ihr immer die Masteries nehmen von den Skills, die ihr häufig benutzt. Also zum Beispiel jetzt in unserem Fall, Earthquake und Poison Cloud, das heißt, die beiden ersten Masteries, die ihr maxen solltet, also hier würde ich euch auch empfehlen, alle zumindest auf 1 zu machen, am Anfang, aber maxen, dann halt wirklich Water und Earth. Und dann kommt es drauf an, wird wie gesagt im Gameplay dann wahrscheinlich noch ein bisschen genauer, ähm, oder ein bisschen klarer, aber einfach die Skills maxen, die ihr auch tatsächlich benutzt. Wenn ihr den Skill kaum oder wenig benutzt, dann max den als letztes oder gar nicht, je nachdem. Dann der Cloak, haben wir ein Cloak of Wisdom. Was anderes macht hier tatsächlich keinen Sinn, weil wir eigentlich niemals Schaden tanken wollen müssen. Vielleicht im Ultra-Heile mal ein STA-Cloak oder so, für Dungeons, aber 8 STA macht eigentlich keinen Unterschied, deswegen immer 8. Pets sollte auch klar sein, wir wollen Damage, wir wollen keine HP, wir wollen nichts tanken, also nehmen wir den guten alten Fuchs, der uns Int gibt. Zum Schmuck, auch ziemlich simpel, wir wollen immer Int, zusätzlichen Schaden, und MP, beziehungsweise verringerter MP-Verbrauch und Wiederherstellung. Das heißt, am Anfang Level 60, klassisches Beispiel, zweimal Inti-Red plus 1, zweimal My-Tier plus 1 und wahrscheinlich eine Mente-Neclase plus 7, wenn die jetzt nur plus 3 ist oder so am Anfang, ist nicht so wichtig, aber ja, ein bisschen besser wäre natürlich nicht schlecht, falls ihr nicht permanent auf Refresher-Holts zurückgreifen könnt, damit ihr dann ein bisschen noch mehr Benefits von habt und kann auch zum Beispiel eine, so Kekle von Meteorica sein, ist wie gesagt relativ egal und wie immer geht natürlich, je höher euer Schmuck ist, desto besser, also ich meine natürlich, wenn ihr irgendwann genug Geld habt, um eure Inti-Reds zu upgraden, vielleicht auf Inti-Lase plus, keine Ahnung, 14 oder so, dann könnt ihr das natürlich jederzeit machen. Hier nur ein kleiner Hinweis, ich persönlich würde immer auf Int gehen, also die Ringe sind wichtiger, weil Zusatzschaden bei Elementor nicht so gut verrechnet wird, wie jetzt zum Beispiel bei Blade, also es ist schon wichtig, dass ihr auch Zusatzschaden auf den O-Ringen habt und es ist auch wichtig, dass sie so hoch wie möglich sind, aber wenn ihr euch entscheiden müsst, upgrade ich jetzt mit lieber meinen O-Ring oder kaufe ich mir lieber einen besseren O-Ring oder einen Ring, immer zum Ring tendieren, weil euch Int mehr Schaden im Verhältnis gibt als Zusatzschaden. Dann kommen wir zum Waffen-Upgrade, das ist sehr spannend und sehr speziell kann man sagen bei Elementor und zwar das Waffen-Upgrade an sich, also das Plus machen, bringt bei Elementor tatsächlich extrem wenig im Verhältnis auch wieder zu anderen Klassen, beispielsweise Blade. Also ob ihr jetzt ein Stuff plus 8 oder plus 10 habt, macht, wenn man Preis-Leistung bedenkt, nicht so einen großen Unterschied, wie man es gerne hätte. Ihr macht mehr Schaden, ja, aber es ist deutlich weniger, als jetzt wie gesagt bei einer 1v1-Klasse zum Beispiel. Das heißt grundsätzlich bräuchte ich darauf nicht zu sehr fokussieren, also meiner persönlichen Meinung nach am Anfang reicht definitiv plus 8. Man kann gerne sich jederzeit was Besseres holen, wenn man das Geld hat, aber der Unterschied zwischen plus 8 und plus 10 ist meistens doch ziemlich gewaltig im Preis und das heißt erstmal sich mit weniger zufrieden geben ist meiner Meinung nach hier ein bisschen klüger. Int-Stattung wollt ihr natürlich drauf haben, keine Frage und dann würde ich fast sagen, machen wir noch die Sockel zuerst. Sockel würde ich persönlich entweder Int- oder Fähigkeitsschaden nehmen, also Water- oder Void-Karten. Allerdings ist es hier wie immer so, Water-Karten sind halt deutlich teurer, die geben euch minimal mehr Damage, die Fähigkeitsschadenskarten, die Void-Karten sind meistens günstiger, geben euch ein ganz kleines bisschen weniger Damage, also wirklich, der Unterschied ist nicht gigantisch, und aber zusätzlich auch verringerter MP-Verbrauch. Das ist vor allem cool für Free-to-Play-Spieler, die nicht permanent auf Refresher-Holz zurückgreifen müssen. Bei mir ist es tatsächlich mittlerweile so, ich brauche keine Refresher-Holz mehr, also mein Elementor ist komplett unabhängig von Refresher-Holz, dadurch, dass ich hier zugegebenermaßen 10 Void-A-Karten drin habe, aber trotzdem, ich habe ja minus 30% MP-Verbrauch und auf meiner Necklace nochmal 14% verringerter MP-Verbrauch, das heißt, ich verbrauche 44% weniger MP von den Basis, das ist fast so viel wie ein Refresher-Holz Low, und zudem regeneriert man mit jedem Monster-Kill beim Leveln noch MP. Das heißt, mein Elementor ist komplett unabhängig von Power-Ups spielbar, und das ist nicht so einfach natürlich, wie gesagt, das sind jetzt ziemlich teure, ziemlich hohe Karten, aber grundsätzlich sind diese Void-Karten eigentlich ganz cool, mit diesem Bonus-Effekt von dem verringerten MP-Verbrauch. Ja, und dann kommen wir zum Skill-Damage und zum Element. Skill-Damage und Element in einem Atemzug, deswegen, weil sie eigentlich untrennbar miteinander verbunden sind. Also das Ding ist, bei Elementor, er heißt ja auch Elementor, diese Elemente oder das Element spielt hier tatsächlich eine Rolle, allerdings nur plus eins, also wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Wasserskill verstärken wollt, also so funktioniert Elementor im Endeffekt, wenn ihr mehr Schaden mit euren Wasserskills machen wollt, dann müsst ihr auf eure Waffe Wasser plus eins machen. Allerdings nur plus eins, weil plus eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 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 zehn, macht alles den gleichen Schaden. Also plus eins und plus zehn ist gleich. Niemals über plus eins upgraden, rein für Damage macht das keinen Sinn, es wäre wenn dann nur fürs Aussehen, also für die Optik relevant. Und warum das dann logischerweise mit dem Skill-Damage, den ihr auch auf der Waffe erweckt habt, zusammenhängt, ist ja eigentlich ziemlich klar. Ihr wollt logischerweise den Skill, den ihr am häufigsten benutzt, beziehungsweise euren stärksten Skill, der Skill-Erweckung haben, den ihr auch tatsächlich benutzt logischerweise. Naja, und wenn ihr durch ein Skill-Erweckung euren stärksten Skill pushen wollt, dann wolltet ihr das ja logischerweise mit dem Element. Also Element und Skill-Erweckung sollten in der Regel das gleiche sein. Also in meinem Fall ist es Poison Cloud, Poison Cloud ist Wasser, also habe ich Wasser plus eins auf der Waffe. Und so funktioniert das grundsätzlich. Wenn ihr euren Erde-Skill pushen wollen würdet, also zum Beispiel Earthquake, dann müsstet ihr Erde plus eins machen. Dann macht Earthquake mehr Schaden. Dadurch, dass aber Wasser plus eins wegfällt, macht euer Poison Cloud wiederum weniger Schaden. Also so funktioniert Elementor im Endeffekt. Kann man sich eigentlich wirklich ziemlich einfach merken, das ist jetzt eigentlich nicht so kompliziert. Und welchen Skill ich empfehlen würde, also zum Leveln, definitiv Poison Cloud ist der stärkste Skill, macht am meisten Schaden, hat den meisten Benefit meiner Meinung nach. Und ihr benutzt ihn auch am häufigsten. Und entsprechend hat Wasser plus eins auf die Waffe. Für Dungeons, wenn ihr jetzt Dungeon Farmer seid, ist Poison Cloud tatsächlich nicht so gut. Also es sei denn im Feuer Dungeon, Guardian Sanctuary, aber selbst da ist es nicht unbedingt der beste Skill, weil er halt einen relativ langen Cooldown hat. Und halt für Dungeons jetzt nicht ideal geeignet ist. Da wäre es jetzt zum Beispiel wahrscheinlich klüger, Electric Shock zu nehmen. Logischerweise dann auf die Waffe eher Blitz plus eins. Dann zu den Buffs. Grundsätzlich, wie immer, euren Ringmaster immer zweimal Mantis seinen buffen, bevor ihr euren Main Character bufft. Mantis seinen Max, Haste Max, Quickstep Max, das sind eure drei Skills, die ihr als Hit-and-Run Elementor unbedingt braucht. Movement Speed erhöhen, Angriff Speed mit Magie-Beschleunigung erhöhen und natürlich euren Main, euer Main Damage Attribut erhöhen mit Mantis seinen. Also hier ist ganz cool bei Mage immer bei, sowohl der Ringmaster als auch der Main Character, wir dann Int haben. Da fühlt sich Mantis seinen dann immer richtig gut an, weil man doppelt und dreifach quasi Boni davon bekommt sozusagen. Also auf jeden Fall sehr wichtig. Was ihr danach macht, ist im Endeffekt euch überlassen. Also das Logischste wäre natürlich auf HP zu gehen, weil selbst wenn man Hit-and-Run spielt, will man ja trotzdem nicht mit jedem Schlag sterben. Also vielleicht doch mal, wenn man einen Fehler macht, zumindest mal einen Schlag überleben, dass man nicht immer sofort stirbt. Also Patience, Heap Up und Cats Reflex dann die defensiven Skills, die AP und Blockrate geben. Ich würde mich hier auf Heap Up und Patience konzentrieren. Bei Elementor haben grundsätzlich sowieso extrem niedrige Blockrate und Verteidigung. Da machen jetzt diese 10% hier auch nicht so einen gigantischen Unterschied am Anfang. Aber ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Als nächstes kommen die Setup Grades. Hier ist es grundsätzlich so, bis Level 105 würde ich plus 5 mit 2 oder 3 Sockeln empfehlen. Also nicht so viel Geld ausgeben, das ihr wahrscheinlich sowieso nicht habt. 2, 3 Sockeln mit Angriffskraft. Wollt ihr immer Sockeln, wie gesagt, Set plus 5 beziehungsweise plus 6 mit S-Product Low, kann man easy selber machen, theoretisch, falls man das nicht finden sollte. Ansonsten grundsätzliche Empfehlung, kauft euch immer euer Equipment, nicht selber upgraden, ist immer günstiger als sich zu kaufen. Und ab 105 will man dann zumindest die 4 Sockel haben mit mindestens 16% ADK. Ja, besser geht natürlich immer. Zugegebenermaßen plus 8 macht wirklich keinen gigantischen Unterschied bei Elementor, also da kann man tatsächlich drauf verzichten. Aber in der Regel findet ihr kein Set, das 16% Angriffskraft oder besser ist, das nicht plus 8 ist. Also ja, plus 8 16% ab 105 so anpeilen. Plus 10 kann man sich auch irgendwann gönnen, natürlich genauso wie die 28% Angriffskraft. Aber ist auf jeden Fall kein Must-Have. Dann kommen wir zu den Sets. Also am Anfang ist es so, dass es relativ egal ist, welches Set ihr nehmt. Der Hauptattribut bei Elementor, das Hauptattribut, der Hauptwert, den man will, ist Magiebeschleunigung. Und lustigerweise geben alle Sets bis Level 105 15% Magiebeschleunigung. Das heißt, deswegen spielt es relativ keine Rolle, welches man genau nimmt. Ich persönlich neige trotzdem dazu, also am Anfang nehme ich grundsätzlich T-Ba, weil man es halt schon mit 45 tragen kann. Ich persönlich wechsle dann nicht aufs Arnis-Set mit Level 60. Einfach nur deswegen, weil es im Endeffekt wirklich ein sehr ähnliches Set ist und sogar weniger Damage gibt. Das ist es nur minimal. Also hier haben wir halt In-Plus-10 im T-Ba-Set und das hat das Arnis-Set halt nicht. Hier haben wir stattdessen HP-Rat und verringerter MP-Verbrauch, was natürlich auch irgendwie cool ist. Also mehr verringerter MP-Verbrauch. Aber wir brauchen halt eigentlich keine wirkliche HP und deswegen ist das Set halt irgendwie überflüssig. Und beim Mio-Run-Set auf Level 75, da sagen viele Leute, darauf kann man verzichten. Bin ich auch wieder der Meinung, nicht unbedingt, weil es macht schon einen Unterschied, wenn man das 75er-Set trägt. Also man hält einfach ein bisschen mehr aus. Klar, Hidden One Elementor soll nichts aushalten, oder wird nichts viel aushalten. Also keiner den Unterschied machen zwischen vielleicht mal überleben und mal nicht überleben. Definitiv. Außerdem kriegen wir unsere 10 Int. Natürlich hier auch wieder noch mehr verringerter MP-Verbrauch. Vor allem für Leute, die ohne Power-Ups permanent spielen. Definitiv wichtig. Und die 15% Cast-Time sind halt wieder mit drinnen. So. Ja, dann ist es relativ, ja, unumstößbar, dass man auf der 105 aufs Schabel-Set wechselt. Etwas mehr Int, mehr Cast-Time, zwar nur 5%, aber trotzdem. Und wir kriegen 10% Geschwindigkeit, was sich wirklich cool anfühlt. Ich finde, vor allem in der Darkon 3 Wüste merkt man das schon, diesen 10% Speed-Boost ist auf jeden Fall nice und sollte man mitnehmen. Dann ist es etwas umstritten. Also ich persönlich habe damals aufs 120er-Set gewechselt. Einfach nur, weil ich es ausprobieren wollte. Nachteil vom 120er-Set oder grundsätzlich die Benefits vom 120er-Set sind viel mehr Damage. Also jeder einzelne Skate, den der Cast-Set macht viel mehr Damage. Also wirklich viel mehr Damage. Nachteil ist, ihr verliert 5% Cast-Time und ihr verliert die 10% Speed. Das ist ein bisschen blöd natürlich. Vor allem die 10% Speed tun fast mehr weh. Also die Kombination von beiden tut einfach ein bisschen weh. Man castet wieder langsamer und man läuft langsamer. Ich habe es damals tatsächlich nicht bereut. Ich muss sagen, ich fand das in der Nymph-Set echt geil. Also ich habe mich unbesiegbar gefühlt damals bei den Yetis in Asria. Ich habe mich hier gefühlt wie ein Gott sozusagen, weil ich plötzlich mehrere Hits aushalten konnte wegen erhöhter HP. Blockrate Damage-Verringerung, wenn ich mal getroffen wurde. Und alle meine Skills haben plötzlich sauf viel Schaden gemacht. Selbst die Skills vom falschen Element und so haben plötzlich sauf viel Damage gemacht. Also das war ziemlich cool. Ich sage auf jeden Fall, ihr könnt darauf verzichten. Ich würde jetzt nicht unbedingt darauf wechseln. Ich sage, das 105er-Set reicht. Damit kann man definitiv bis 135 leveln. Ich sage aber auch, es ist kein Fehler, wenn man auf Nymph-Set wechselt, auch als Hit-and-Run-Elementor. Grundsätzlich ist das aber eher das Set, das man dann als Face-Tank wahrscheinlich tragen würde. Auf 135 würde ich dann aber wiederum tatsächlich zurück wechseln auf das Quision-Set. Warum? Hier ist der Unterschied nicht mehr 5% mehr Cast-Time, sondern 15% und 15% Cast-Time. Das ist extrem viel. Das darf man nicht unterschätzen. Außerdem gibt dieses Set hier plötzlich auch 10% ATK. Das heißt, der Unterschied zwischen diesem PvE-Damage-Boost, den wir durch das 120er-Set bekommen würden, wenn wir uns dafür entscheiden, fällt hier nicht mehr so sehr ins Gewicht. Außerdem kriegen wir die 10% Speed zurück und haben noch ein bisschen mehr Int. Also das ist so im Bedeffekt das All-in-One-Package. Wir haben Cast-Time, wir haben Geschwindigkeit, wir haben Attack und wir haben Int, also alle Werte, die wir wollen. Da ist eigentlich nichts drauf, was wir nicht wollen und von dem her nehmen wir das auf jeden Fall. Und dann wird es auch wieder ein bisschen tricky. Momentan ist es so, die 150er-Sets sind natürlich noch unbezahlbar, also vor allem die 1v1-Sets beziehungsweise die Sets aus den Dungeons. Aus dem Dungeon noch besser gesagt. Und zwar, warum wird es tricky? Ganz einfach, ihr erhaltet nur, wenn ihr Ultimate-Schmuck habt, perfekte Buffs, ein Stuff mit extrem guten Cast-Time-Rolls und das 150er-One-V-One-Set nur dann erhaltet ihr ohne Power-Ups 100% Cast-Time. Das sind ganz schön viele Voraussetzungen, hört sich ganz schön teuer an, ist auch ganz schön teuer und deswegen werden die meisten Leute wahrscheinlich da, hier zu tendieren, vor allem, also man weiß jetzt natürlich nicht, wie sich die Preise langfristig entwickeln werden, aber ob ihr wirklich Ultimate-Schmuck, eine 150er-Waffe, sprich Lusagas Crystal Stuff oder Hernestuff und das 150er-Set tragen werdet, ist schon, das sind viele Events oder das sind viele Fights, also das kostet alles verdammt viel Geld, was ich gerade aufgezählt habe, also wenn ihr wirklich alles besitzt, dann hammergeil, aber das wird wahrscheinlich auf die meisten Leute nicht zutreffen, deswegen hier definitiv die Empfehlung zu diesem Set. Was man halt machen kann, theoretisch, und jetzt, wie gesagt, wird es ein bisschen kompliziert, also ich habe es mal durchgerechnet, das, was ich gerade gesagt habe, perfekter Hernestuff, Ultimate-Schmuck, 150er-1v1-Set und wie gesagt, perfekte Buffs, kommt man genau auf 105% Cast Time, Cast Time ist bei 200% gedeckelt, das bedeutet ja 5% Überschuss. Dann gibt es halt noch das andere 150er-Set, das PvE-Set, was im Endeffekt eine Kopie vom 120er-Set ist, einfach nur mit besseren Werten, und hier ist es so, dass wenn wir dieses Set nehmen, statt dem 1v1-Set mit den 35% Cast Time, hier haben wir wieder nur noch 15% Cast Time, das heißt, wir verlieren 20%, gehen also runter von 105 auf 85, also 185%, und wenn wir dann einen Cast Time Potion und eine Zuckerwatte aktivieren, sind genau 15%, kommen wir auf magische Weise auf 200% Cast Time, 200% Cast Time ist der magische Wert, den man immer erreichen will, 200% Cast Time, viele nennen es auch Cast Break, finde ich aber ein bisschen, also finde ich unnötig die Bezeichnung, weil es gibt keinen, also es gibt nur 200 Cast Time oder nicht 200 Cast Time, es gibt keinen 199 reicht auch schon oder so, deswegen ist es eigentlich ziemlich sinnlos, das als Cast Break zu bezeichnen, weil es keinen festen Wert gibt, außer der Maximalwert, aber ist egal, das ist Geschmackssache, jedenfalls ist es einfach so, dass ihr auch mit diesem Set die 200% Cast Time erreichen könnt, und wenn ihr mit diesem Set die 200% Cast Time erreicht, dann macht ihr wesentlich mehr Damage als mit dem anderen Set, weil hier habt ihr 20% PvE Damage zum Beispiel und alle Elemente meist dann plus 5, bei dem anderen Set habt ihr zwar 30 Int und 15% ADK, aber das hier ist einfach das All-in-One-Package und macht definitiv mehr Damage, allerdings deutlich schwieriger, komplizierter und auf Power-Up stützender, um hier überhaupt die 200% Cast Time zu erreichen, das heißt für die allermeisten Menschen, die nicht permanent Power-Ups aktivieren wollen, wäre langfristig das ja die bessere Option, allerdings wie gesagt, momentan alles sehr, sehr teuer. Dann kommen wir zu den Waffen. Wir haben hier am Anfang eine relativ breite Auswahl, also der Stick of Val Parpon gibt uns 10% Cast Time und 5% Windmeistern, leider Windmeistern, leider nicht alle Elemente meistern, das bringt uns natürlich nicht so viel und es geht mehr um die Cast Time, also wenn ihr den habt, auf jeden Fall nice. Die Alternative hierzu wäre dann der Sägestuff, ist eine Level 57 Ankommen Waffe, na hoppla, die könnt ihr einfach so bei normalen Monstern droppen, die habt ihr wahrscheinlich auch schon gedroppt, die ist nämlich wirklich nicht selten und ja, ist einfach nur für der W57 und gibt 10% Cast Time, also sehr nice und sehr günstig auf jeden Fall und warum ich diese beiden Waffen erwähne, ist einfach, weil der Guardians da für der W60 auch nur 10% Cast Time gibt und maximal MP plus 20, was ein ja nicht so geiler Effekt ist, ehrlich gesagt, also wenn, dann wäre verringert MP-Verbrauch besser, aber Schwamm drüber, ist nicht so wichtig, jedenfalls, warum ich das so sage, es spielt keine gigantische Rolle, weil das Problem bei den ganzen Waffen bei Mages, ihr wollt ja eigentlich immer einen Skill erwecken, der euch stärker macht im AOE, so wie wir vorhin erwähnt haben, Poison Cloud zum Beispiel oder Earthquake oder einfach irgendeinen Skill, den ihr zumindest benutzt, damit ihr irgendwie stärker werdet und das geht nicht, denn alle AOE Skills, alle eure Hidden Run Skills, die Schaden machen, sind ja für Level 65 und die drei Waffen, die wir gerade erwähnt haben, sind alle nicht Level 65 und ihr könnt auf einer Waffe, die unter dem Level des Skills liegt, also Skill Level 65, Waffe Level 60, kann also dieser Skill nicht darauf erwecken, das geht nicht, also ein Guardian Stuff kann niemals mit Earthquake oder mit Poison Cloud erweckt sein und deswegen spielt das eigentlich keine Rolle, ihr wollt die 10 Cast Time, alle drei geben diese 10 Cast Time, ATK macht bei Magician oder bei Elementor keinen gigantischen Unterschied, also ich würde euch trotzdem zum Guardian Stuff raten, weil er den meisten Damage macht, aber ihr braucht ihn nicht zwingend und ja, so ist einfach die Situation, was natürlich echt blöd ist, weil das heißt, unseren ersten Stuff mit Skill Damage, den können wir dann entweder random droppen, also man kann hier vielleicht so ein 70er Stuff vielleicht droppen oder gut, ich habe jetzt nur auf Ankommen gefiltert, die Kammern Waffen gibt es natürlich auch noch, also wenn ihr da theoretisch einen droppen würdet mit 15% Poison Cloud oder so, könnte man vielleicht überlegen, ob man den nimmt, allerdings struggle die am Anfang so heftig mit Cast Time, dass es wahrscheinlich keine so gute Idee ist, von den 10% Cast Time zu wechseln, ist einfach dumm, also bis 75 muss man sich wahrscheinlich damit abfinden, dass man keine Waffe haben wird, die eben, ja, eine Skill Erweckung hat, dann filtern wir mal die ankommen, hier wieder raus und sind jetzt eben Level 70 beziehungsweise 75. Hier haben wir den Stuff of Iblis auf Level 70, der wäre theoretisch die Most Damage Option, wenn es jetzt rein um den Skill Damage pro Hit gehen würde, allerdings ist es so, dass wir hier keine Cast Time drauf haben, also der bringt 10 Int und 5% Skill Damage und ist damit eigentlich ziemlich nutzlos, weil wie gerade schon gesagt, wir wollen eigentlich nicht auf diese Cast Time verzichten, selbst wenn sie nur 10 oder 15% sind, macht einfach trotzdem einen gigantischen Unterschied und zwar immer, nicht nur bei Attack Skills, auch bei Blink Pool und so, ist es einfach immer wichtig, dass man das hat, die Cast Time und deswegen wollen wir uns hier nicht zu sehr auf den Damage konzentrieren und das ist eh ziemlich wenig, also 5% Skill Damage ganz ehrlich, das ist auch lächerlich. Lieber wollen wir einen Historic Stuff, der uns eben 15% Cast Time gibt, 10 Int und gegebenenfalls noch eine gute Erweckung hat, also wie gesagt, Poison Cloud wäre das A und O oder das Nonplusultra, Earthquake oder auf jeden Fall mindestens, oder es sollte auf jeden Fall ein Skill sein, den ihr häufig benutzt, ja, also wenn es ein Skill ist, den ihr gar nicht benutzt, dann ist es schlecht. Wie zum Beispiel Windfeed, wenn ihr kein Windfeed benutzt. Ja, und dann wechseln wir auf AG Stuff, braucht man es gleich nicht großartig erklären, Bloody Stuff braucht man es gleich auch nicht großartig erklären und zum Ende hin, wenn ihr weiterhin Hit and Run auf Level 150 plus spielt, das mache ich momentan zum Beispiel, es ist relativ anstrengend, aber es ist auf jeden Fall möglich, wenn man ein gutes Equipment hat und da würdet ihr dann auf jeden Fall nicht den Dotsagas Crystal Stuff nehmen wollen. Warum nicht? Weil der die Chance hat, bei jedem Scale, den ihr benutzt, den Gegner zu verlangsamen. Also effektiv verwandelt er jeden eurer Skills in ein potenzielles Windfeed. Windfeed hat er die Chance, Gegner zu slown und mit diesem Stuff hat jeder eurer Skills die Chance, Gegner zu slown und das ist natürlich extrem dämlich, weil das wollt ihr ja nicht. Das ist ja das, was wir am Anfang schon gesagt haben, wir wollen nicht, dass alle Gegner beim Pullen geslowed werden. Natürlich ist hier die Chance relativ gering, dass das passiert, aber wenn es passiert, super nervig. Und deswegen würdet ihr lieber auf den Härnestuff gehen wollen, der ist zwar an für sich ein kleines bisschen schlechter, je nachdem, welche Rolls man hat, kommt natürlich darauf an, aber hier haben wir die Skillchance Wasserbombe. Wasserbombe bedeutet einfach so viel wie, jeder Skill hat entsprechend der Prozente, die auf der Waffe drauf sind, 4 bis 9%, die Chance, einen zusätzlichen AoE-Skill namens Wasserbombe zu casten, der zusätzlich Aoe-Schaden macht, basierend auf unseren verteilten Hauptattributen, aka im Endeffekt basierend auf unserem Level. Und entsprechend ist das die deutlich bessere Option, weil der kann dafür sorgen, dass wir zusätzlich mehr Damage machen, was wir als Hidden Run Elementor grundsätzlich immer wollen. Und er sorgt nicht dafür, dass die Monster geslowed werden, was wir nicht wollen. Also, wenn, dann wäre es der Staff of Fairness. Außerdem ist er wahrscheinlich auch häufiger anzutreffen. Ob er wirklich günstiger ist, bezweifle ich ehrlich gesagt. Wahrscheinlich ist er sogar teurer. Aber, ja, das wäre auf jeden Fall unsere erste Wahl. Und damit willkommen im Demonstrations- beziehungsweise Gameplay-Teil. Ich demonstriere das Ganze jetzt bei Low-Level-Monstern, einfach damit ich mich aufs Reden konzentrieren kann und es nicht Gefahr abzusterben. Hidden Run ist ja ein sehr gefährlicher Spielstil und deswegen, ja, wie gesagt, konzentrieren wir uns jetzt eher aufs mechanische auf die Vorzeige-Vorstellung. Ja, anhand meines Setups könnt ihr eigentlich schon erkennen, welches Skills ich verwende. Und ich sage es, betont ich. Ich finde, jeder kann anders Hidden Run Elementor spielen. Es gibt definitiv Argumentationsspielraum. Es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, wenn man sagt, du musst so spielen. Wenn du nicht so spielst, spielst du falsch. Das ist einfach meiner Meinung nach dumm. Wer sowas sagt, ganz ehrlich, ist auch dumm. Man kann unterschiedlich spielen. Man sollte so spielen, wie es einem selber passt, wie es einem gefällt. Und deswegen zeige ich euch jetzt, wie ich spiele. Und wenn ihr nicht so spielen wollt, könnt ihr das gerne machen. Also, ich pulle mit 1 Earthquake. 1 oder F1 ist für mich persönlich immer so dieser Standardskill, den man am häufigsten benutzt. Dann probiere ich immer, Poison Cloud auf Cooedown zu haben. Das bedeutet, ich will Poison Cloud jetzt nicht unnötig einsetzen. Also, möglichst nicht auf einzelne Monster. Das wäre auch ziemlich dämlich. Aber, ich will Poison Cloud eigentlich immer auf Cooedown haben. Das bedeutet, immer wenn ich eine Gruppe von Monstern sehe oder schon hinter mir habe, die mir schon folgt, würde ich eigentlich immer, wenn Poison Cloud verfügbar ist, Poison Cloud benutzen, damit diese Monster permanent geschwächt werden. Weil, wenn ich das nicht mache, dann laufen sie irgendwann weg und das Hidden Run ist für die Katz. Und das bedeutet einfach, wir müssen uns hier darauf konzentrieren, so viel Schaden wie möglich rauszuhauen. Und das heißt, immer darauf achten, Poison Cloud klug und so oft wie möglich einzusetzen. Ansonsten haben wir dann hier oben noch, F1 bis F3 für mich ist das, Lightning Storm, Stand Storm, Meteor Shower. Die benutze ich entweder zum Downen, also vor allem einer der Skills ist meistens vom richtigen Element. Also, wenn wir jetzt gegen Windmonster kämpfen, dann macht Meteor Shower extrem viel Schaden, weil Feuer gegen Wind ist sehr effektiv sozusagen. Wenn wir jetzt bei Blitzmonstern wären, würde Sandstorm extrem viel Schaden machen, bei Wassermonstern Lightning Storm und dann hätten wir noch Avalanche, aber der hat noch eine andere Funktion, aber theoretisch Avalanche würde bei Feuermonstern natürlich auch extrem viel Schaden machen, weil die einfach das höchste Inscaling haben, diese Skills, haben aber auch einen langen Cooldown und die könnte man auch als Finishing Move sozusagen benutzen. Ich benutze die aber grundsätzlich auch zum Pullen, weil die haben eine erhöhte Zauberreichweite von 8 hier in dem Fall zum Beispiel und Earthquake zum Beispiel hat nur Zauberreichweite 6. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Gruppe von Monstern seht, die jetzt nicht ganz direkt nebeneinander steht, hier wäre ein gutes Beispiel, würdet ihr mit Earthquake vermutlich nur 3 von 4 oder 3 von 5, wie auch immer, Monster pullen, wohingegen ihr mit einem dieser 3 Skills oder auch mit Avalanche definitiv alle 5 treffen würdet und damit alle 5 pullen würdet. Und das ist natürlich ein großer Unterschied, ob ihr 3 oder 5 Monster pullt. Das heißt, diese Skills sind vor allem zum viel Schaden machen gegen das richtige Element oder immer zum Pullen geeignet. Genau, und dann bleiben eigentlich nur noch 2 Skills übrig. Avalanche und Burning Field und die beiden gehören auch zusammen für mich, denn ich probiere immer Burning Field und dann Avalanche oder manchmal muss ich Avalanche benutzen, um mich selbst zu retten und mache direkt danach Burning Field. Auf jeden Fall wollt ihr immer, wenn ihr Burning Field einsetzt bei Hit and Run, möglichst zeitnah Avalanche einsetzen, weil Avalanche hat eine 80%ige Stun-Wahrscheinlichkeit. Das ist extrem viel. 80% bedeutet von den meisten Monstern einfach, dass sie gestunt werden. Wenige werden euch weiterhin folgen, das ist immer ein bisschen nervig, also es ist auch ein bisschen blöd, dass es nicht 100% sind, ganz ehrlich, aber es ist halt so. Jedenfalls 80% ist trotzdem ziemlich gut und damit stehen halt 80% eurer Avalanche im Burning Field und Burning Field ist halt ein statischer Damage-Over-Time-AOE-Skill, anders als Poison Cloud, der einmal gecastet und dann auf dem Monster drauf ist, als quasi Debuff oder als Gegenattribut und Burning Field bleibt halt auf der gleichen Stelle, das heißt nur die Monster, die auch tatsächlich im Burning Field drinnen stehen, bekommen tatsächlich den Schaden und deswegen wollt ihr die Monster stunnen, dass sie sich nicht bewegen können und lange im Burning Field drin stehen und genau. Und das ist im Endeffekt alles zu den Skills, was es eigentlich so zu wissen gibt, grundsätzlich. Wind Field habe ich im Action Slot, einfach deswegen, weil er einer der wenigen Skills ohne Cooldown ist, den man spammen kann und für den Run auch tatsächlich Sinn macht. Wind Field ist für mich auch, wie gesagt, Finishing Move, den demonstriere ich euch dann auch noch und der einzige Scale, den wir uns gar nicht anschauen, ist Electric Shock, aber das habe ich eigentlich auch schon eingehend erklärt, weil eben Close Range und für den Run eigentlich gänzlich ungeeignet. So, und wie ich das dann mache, das ist jetzt hier nicht so ein gutes Beispiel, weil jetzt gerade hier nicht so viele Monster stehen, aber ja, man pullt jetzt hier mit Earthquake und jetzt sieht man hier vier Monster, Oh, das hat echt nicht gereiht, ach, come on. Ja, eigentlich wollte ich jetzt das vierte Monster auch noch mit pullen, aber wir haben jetzt fünf Monster, das hätte mit Earthquake definitiv nicht funktioniert, die alle fünf zu pullen und ach, Blink Pull habe ich natürlich ganz vergessen, Blink Pull der Fortbewegungsskill, aber der ist euch hoffentlich schon als Magician vertraut, genug und ja, dann pullt ihr eure Monster, ihr habt schon gesehen, Poison Cloud war jetzt wieder verfügbar, direkt wieder eingesetzt, dann habt ihr jetzt hier die Demonstration gesehen, Burning Field und Avalanche, mal gesehen, die Monster standen alle betäubt im Burning Field drin, gilt leider nicht die ganze Zeit, also es funktioniert nicht perfekt, sag ich mal, und das Blöde ist auch, Burning Field hat einen deutlich kürzeren Kudanus Avalanche, das heißt, man kann auch mal so jetzt Burning Field einsetzen, zwischendurch, also jetzt war es natürlich zu spät, es hat sich so lange gewartet, aber grundsätzlich könnt ihr Burning Field auch ein-, zweimal öfter benutzen, in so einer Situation, wo es zumindest halbwegs Sinn ergibt, wie jetzt hier zum Beispiel, da waren Monster viel weiter hinten gestanden, die halt quasi länger dann, oder wo zumindest viele Monster durch das Burning Field durchgelaufen wären, also hier jetzt nochmal zur Demonstration quasi, zack, die laufen jetzt ein, zwei, dreimal durch, also dreimal Schaden von Burning Field ist schon ganz gut ohne Stun, im besten Fall wollt ihr aber vier oder fünfmal Schaden, aber das geht halt nur mit Avalanche, und wie gesagt, ihr müsst ja nicht mal gucken, wegen den Cooldowns, dass es auch zusammenpasst. genau, also Polen mit F1 bis F3, oder halt Earthquake 1, dann Poison Cloud immer auf Cooldown halten, und immer wenn verfügbar die gute Avalanche und Burning Field Combo. Ja, und mehr gibt es eigentlich gar nicht wirklich zu beachten. Wenn ihr jetzt an einem Punkt seid, wo die Monster zu viel HP haben, also Aasra wäre jetzt so ein gutes Beispiel, wo die Monster sehr schnell sehr viel HP mehr haben, und wenn euer Equipment nicht im gleichen Maße plötzlich extrem viel besser wird, also wenn ihr jetzt nicht anfangen, euer Equipment extrem krass zu upgraden, alle zehn Level oder so, dann werdet ihr irgendwann vielleicht das Problem haben, dass euer Damage nicht mehr reicht, euer Hit-and-Run-Damage, euer Poison Cloud-Damage, was auch immer, reicht irgendwann nicht mehr, um die Monster zu killen, schnell genug. Dann könnt ihr folgendes machen, ihr pullt, und ihr spammt Windfield. Ihr probiert alle Monster zu slowen, so wie früher, klassisch, und dann habt ihr viel mehr Zeit, alle eure Skills reinzuhämmern, dann müsst ihr halt nur gucken, dass immer das vorderste Monster euch nicht erreicht, aber dann könnt ihr halt mit Earthquake, mit Windfield, mit euren 70er-Skills, dann könnt ihr einfach alles auf die Monster schmeißen, was ihr habt an Damage, und probieren sie einfach so schnell wie möglich zu töten, bevor sie euch erreichen, und bevor sie weglaufen. Das wäre halt so diese, in Anführungszeichen, klassische OE-Taktik, also alles slowen und dann killen. Funktioniert halt in Flavie Universe, wie gesagt, nicht mehr so gut, weil man halt ein ganzes Zeitlimit hat, deswegen macht man das eigentlich nur, wenn es wirklich nicht anders geht. Also wenn man genug Schaden macht, dass man das Zeitlimit, in Anführungszeichen, ignorieren kann, dann macht man es nicht. Wenn man nicht genug Schaden hat, dann macht man es. Das ist eigentlich alles, was es dazu, eigentlich so zu, ja, wissen gibt, genau. Und es geht auch relativ schnell, ich meine, ich habe jetzt natürlich eine verhältnismäßig hohe Cast-Time. Manchmal ist es ein bisschen nervig, manchmal gibt es dieses eine Monster, was sich einfach von Windfeed nicht slowen lässt. Ich kenne das, das ist mir auch passiert im Low-Level, das ist super nervig. Obwohl Windfeed eine 60% Wahrscheinlichkeit hat, macht man manchmal 10 mal Windfeed, und es ist immer noch ein Drecksmob nicht geslowt. Ja, das ist echt blöd, aber mit sowas muss man einfach leben, das ist halt die Wahrscheinlichkeit. Manchmal klappt es halt einfach nicht, und dann muss man halt damit, ja, leben können. Aber ja, das, denke ich mal, war eigentlich so das Wichtigste. Falls euch noch irgendwas einfällt, was ich jetzt hier nicht erwähnt habe beim Vorzeigen, dann lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Und ansonsten zeige ich euch jetzt noch kurz die Hit-and-Run-Timer, die habe ich jetzt nämlich tatsächlich vergessen, euch vorher noch zu zeigen, wann denn die Monster weglaufen. Allerdings ist das nur so eine grobe Übersicht, weil ihr werdet niemals beim Leveln euch irgendwie die Sekunden ausrechnen oder sonst was, also außer ihr baut euch irgendwie ein Tool, also eine Uhr am PC oder so, die immer irgendwie läuft oder so. Aber je nachdem, wie die funktioniert, werde ich vielleicht sogar gegen die Spielregeln, also macht das am besten eher nicht. Aber selbst wenn ihr einen Digitalwecker vor euch stehen habt oder so mit den Sekunden, ihr werdet niemals da sitzen und die Sekunden zählen. Das kann ich euch versprechen. Das habe ich am Anfang auch gedacht, als die Änderung kam, und dachte mir, hm, vielleicht wird man jetzt die Sekunden zählen. macht man nicht. Und die Monster hat man auch nicht gezählt, also ist einfach nicht so. Und wenn ihr euch jetzt dachtet, wovon zum Teufel redet der alte Mann da? Monster Focus Timer is now based on the number of monsters focusing the same player. Drei Minuten unter vier Monster, 80 Sekunden vier bis sieben Monster, 50 Sekunden acht bis 13 Monster und 28 Sekunden ab 14 Monster. Als Hit-and-Run-Elementor kann ich euch versprechen, wollt ihr eigentlich immer mehr als 14 Monster oder werdet ihr eigentlich immer mehr als 14 Monster hinter euch haben. Das heißt, für euch gelten grundsätzlich immer die 28 Sekunden. Aber wie schon gesagt, ihr werdet nicht anfangen, die Monster zu zählen und ihr werdet auch nicht anfangen, die Sekunden zu zählen. Ist einfach nicht so. Man macht das nach Gefühl. Ja, man hat irgendwann Masse-Memory, wann man welches Skills einsetzt und so. Das ist irgendwann wirklich, irgendwann habt ihr das automatisiert im System. Wichtig bei Elementor ist einfach üben, 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 das Gefühl entwickeln, wie viel kann ich pullen, wie lange kann ich pullen, bis ich anfangen muss, Schaden zu machen oder bis ich mich mehr auf Schaden machen konzentrieren kann oder kann ich wirklich nur mit Poisonklau zum Beispiel meine Monster töten und so weiter und so fort. Dafür entwickelt man ein Gefühl und das kommt von alleine. Das kann man eigentlich, also ich meine, man kann es lernen, aber man muss es halt üben. Wenn man es nicht übt, das kommt einfach nicht von alleine oder von nichts. Das kommt irgendwann über lange Zeit. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich riesig über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Fly of the Universe Video wieder. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Twitch-Link ist in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut's rein. Und ciao, ciao. Du hast keine Zeit oder Lust zum Einkaufen, bist aber trotzdem leckere, abwechslungsreiche und gesunde Gerichte zu dir nehmen? Dann probiere jetzt HelloFresh aus. Wir haben gerade eine riesige Rabattaktion laufen. Das Ganze funktioniert extrem simpel. Klickt einfach auf den Link in der Videobeschreibung. hellofresh.de slash hellospielestyler Damit sichert ihr euch den Rabatt und den Gratissnack pro Box. Und zwar ist das günstigste Angebot bereits bei zwei Personen mit zwei Gerichten pro Woche für nur 17,99 Euro mit kostenlosen Versand. Vielen Dank an HelloFresh für das Sponsoren des Videos und ich würde mich extrem freuen, wenn ihr HelloFresh über meinen Link ausprobiert. Bis zum nächsten Mal. T bureau ist ein depending welk. all die Menschen für die mereka und wenn ihr euch den Kanal dann educación.